. 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 Azevedo 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 Ich bin ein Jogenderer, die ich in einem Profil-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf, ich bin im Fútbol, aber in Produzir-Innen. Ich bin ein Spaß, ich bin ein Affiliate, von einem Profil-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf, von einem Treib-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf, aber mein Job ist es, und mit der Futebol-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf, für mich für die Sportarten. Ich bin sehr Musiker für den Futebolz. Ich bin sehr glücklich, die Arbeit des cuadern. die Wahl waren, die ich wollte. Ich bin deshalb gefühlt daran, und von jedem, ich freue mich weiterhin und bin für dum, ich bin so dum. Ich bin sehr gut, ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut, ich bin sehr gut, ich bin sehr gut. Wie ist diese Roteine? Du hast du schon noch einen Kontext, du hast du im Roteiro in der sich? Du hast du in den Roteinen, du hast du in den Roteinen? Du hast du deine Roteine in den Roteinen? Wie funktioniert diese Roteine, vivendo im Futebol? Wir sehen, dass wir die Roteine im Roteinen, wir sagen, eine Prä-Stabeleitung, da haben wir es im Training, und dann können wir uns mit uns mehr über das Video reden. Mas tem o treino, tem uma rotina ali Tem a parte física, a parte tática Aí tem a viagem, mas como que é Viver de conteúdo, você precisa Sempre está criando uma coisa diferente Como que é isso? Sim, tem a parte burocrática Que a A gente vê o vídeo pronto lá, mas Para o vídeo está no ponto de ser Postado e assistido Tem a parte da pauta, pensar na ideia Na produção Que envolve roteiro, o que vai ser feito No vídeo, então essa é um pouco também Die die Idee von Trenner wie die kommt, die 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 Leute zu suchen ein Differenzial zum Tecnic und im Entretien Musical Es be Ja wird die Mädchen riechen, wird die Mädchen sehen. Es gibt diese Bürokraten, die zu denken, in der Videobeschreibung, die in der Videobeschreibung wird, in der Videobeschreibung wird. Es ist ein bisschen anders. Aber ich mag den ganzen Prozesse. Es gibt auch die Änderung, die eine wichtige Sache im Video ist. Manchmal hat sich der Videobeschreibung, aber wenn man sich die Grosste anschaut, dann ist es nicht mehr so. Es ist ein bisschen ein Problem. Es ist ein Problem, von der Videobeschreibung, aber ich mag dieses Prozesse, diese Roteine. Es ist ein Teil. Es ist ein Teil von der Videobeschreibung. Wir sprechen mit unserem DNA-Formator, von Adson. Wir haben jetzt mit dem Azevedo, über die ersten Schritte, über die erste Spiele. Ich möchte wissen, von Adson, die jetzt schon wieder im Profissional. Ich möchte mich sagen, nicht über die heutige Roteine, die heute in der Zeitung, aber noch im Moment, wie war die Roteine, wie war die Roteine, im Tag, 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 im Tag. im Tag, nach dem Tag, im Tag, über die journals im Tag, im Tag, im Tag, Deigte in Tag, Der Futebol weiß wie es schwierig ist, diese Profissão. Ich glaube, wir wollen, bis heute, bis heute, etwas zu erleben. Ich glaube, es ist die größte. Es ist ein wenig Unterstützung von Leuten. Ich glaube, es ist eine Familie. Sie wissen, was wir passen. Wir wissen, wie es schwierig zu kommen, bis es zu kommen, aber ich bin, dass ich heute hier bin, dass ich hier bin, dass ich nie gedacht habe. Wir wissen, dass es schwierig zu kommen, dass es hier ist, wir wissen, wie es die Zeit lang ist. Und das ist es, dass wir in der ersten Zeitpunkt Wir haben, in dem Anfang, wir haben wir alles, was wir wollen, um zu erreichen zu können, alles was wir wollen. Und wie war diese Routine, Adson? Du Tag-a-Dia, du bist du für den Treinen? Wer hat dich inspiriert? Wer hat dich diese Kraft? Du hast gesagt, dass die Familie ist, die Familie ist. Und die ist alles, die Familie ist. Es ist von wo wir beginnen, und von dem wir uns bleiben. Es ist von der Familie. Und wie war diese Tag-a-Dia? Wer hat dich auf den Treinen? Was hat dich für die Köln und zu denken, wie war die Karreira? Wie war die Gronade? Wer war diese Köln? Für Adson war heute, mit dem Coelhão. Ich denke, dieanas-feier war mein Vater. Seit meinem sechs Jahren, er hat mich für die Schule. Er hat mich auch eine Schule. Ich denke, das war die chuck-feier für mich. Ich freue mich über den Futebol. Wir wissen, dass wir die ganze Zeit, die wir im Aloisieren leben, dass wir uns aufzudrücken, dass wir uns besser machen können. Wir wissen, dass wir die Probleme haben, wir wissen, wie es schwierig zu gewinnen. Und ich denke, die wichtig war, was mein Avon. Wir sprechen von Futebol. und werden über die Zeitraum verletzt, wir sehen uns nicht nur im Fußball, wie ein Atlético ist, aber wie es sich vorbereitet, in dem Fußball zu sein. Sie haben wo du, Azevedo, du hast du, was du, was du, was du für Azevedo, was du, was du, wenn wir, wenn wir, das in der ersten Zeitpunkt, der ich nicht vorstellen würde, bis zum Fußball kam, Azevedo? Ja, der Futebol ist alles, ich glaube, in der Welt, wie wir schon gesagt haben. Der Futebol hat sich viele Sachen, nicht nur Materialien, die ich in den zweiten Pläne, aber zu spielen, zu spielen, zu spielen, zu spielen, zu spielen, zu spielen, zu spielen. Ich glaube, das ist alles, was mich für mich hat. Wir sind uns auf die TV-Geräusche, die großen Jogern machen, und wir sind, wenn wir als Kind. Ich habe einen Stil zu spielen, einen Stil zu spielen. Ich habe sogar eine Geschichte in dieser Situation in dieser Situation. Als ich noch noch bin, bin ich für Belo Horizonte nach passeger. Und dann bin ich im Stadion, bin ich im Mineirão. Ich hatte 14 Jahre, glaube ich. Und dann bin ich im Mineirão, habe ich den Tropeiro, der Tradition war. Und dann bin ich mir im Stadion. Der Stadion war das alte, das neue Stadion. Und dann habe ich gesagt, mit Gott, ich will noch in diesem Stadion. Das war etwas, was mich sehr beeindruckt. Und dann bin ich im Stadion, in 2009 hatte ich die Möglichkeit, wo ich mich im Stadion war. Und dann bin ich im Stadion, ich habe mich im Stadion. Und dann bin ich im Stadion. Und dann bin ich im Stadion. Das sind Dinge, die uns magische Dinge. Ich bin sehr dankbar für mich. Ich bin sehr dankbar für mich. Wie ich gesagt habe, ist es auch finanziell. Ich denke, die meisten aus der Familie ist. Das war mein Name. Ich habe meine Mutter mit einem Haus. Ich habe heute eine Haus. Ich habe heute eine gute Fahrzeuge. Das sind Dinge, die wir uns haben. Es gibt uns einen Preis. Wir sind nicht einfach, es ist schwierig. Aber ich bin grüßig. Ich bin grüßt für mich, weil es gab es nicht nur an物aten, dass es motherisch, sondern etwas sentimentale, ein besondereses Gefühl. Und etwas zu mir etwas später war, war es nach der Libertadores. Ich habe gewonnen in anderen Bundesländern. in der Libertadores ich nicht jogte. Das ist etwas mir mir sehr, zu haben, zu haben, zu haben, mit der im ersten Libertadores, im Klubbe zu haben, zu haben. Und zu haben, zu einem Baita-Golacke, im Mineirão, dass du an wollte. Ich habe sicher, das ein eines der größte Mühleis in meiner Karriere gemacht, vom Momenten des Klubbe. Das bietet, das fulg剛, das fulgaben, das fulgabe. Das sind so das Erinnerungen Das sind diejenigen, die ich immer versuche. Und jetzt machen wir diese Tabelle, Tabelle de Atacantes, hier in der Coelho TV, mit Adson. O Azevedo falou über den Sonnen, um grande Stadion, um grande Torneio, für belos gols. Aber ich wollte mich sagen, qual ist die Gefühl von einem Atleta? Ich habe nie diese Gefühl, aber ich habe das Gefühl, aber ich habe die Gefühl, dass man im Moment, dass man im Moment, wie es der letzte Mal im Moment, wie es der letzte Mal im Moment, und dann sieht die Torcide, die Torcide festzettendet. Das ist das Gefühl, dass man im Moment, die Menschen, die Leute, die hier im Stadion, oder bei Coelho TV, wie diese Gefühle, wie das Gefühl der Ozevedo, ist es eine Gefühle. Es ist eine Gefühle. Das ist eine Beziehung in den nächsten Mal. Wir arbeiten mit dem Tag, und wir luchten so für diesen Momenten. Wenn ich den Ball habe, ich habe ein Pesot von mir, weil ich nur so wie ich arbeite im Tag-A-Dia für gewissem Dinge. Und, dank Gott, ich habe es geschafft, das Pesot von mir auszulernen. Das ist ein Pesot, wir arbeiten im Tag-A-Dia, Was also die Zielen wollten zu wollen, dass es viele Götter sind die ja jetzt wichtig ist? Ich mag immer viel Dinge. Aber, indem ich Mensch, die Internet-in-Leuteinigung, war das erste große Gegner. Ich werde ein Beispiel dafür. Ein ganz anders ganzes Beispiel ist die Super-Copa des Impedidos, die ist eine Welt-in-Leuteinigung, die in der Internet-in-Leuteinigung freundlich sind. Er ist mehr oder weniger so im Ofenstiff. Ich habe mir gesehen und dachte, dass ich noch ein paar Mal spielen werde. Und dann, wenn ich den Veranstaltungen habe, habe ich gesagt, dass ich eine Supercopa des Impedidos gemacht habe. Und es war wunderbar, dass ich da lüten, aber Gott noch hat die Ziele in der Bühne, die mir zu sein, dass ich die Supercopa des Impedidos gemacht habe. Also, in der großen Leute, die sich inspirieren, ich glaube, dass alle Leute, die sich inspirieren und sich inspirieren. Und ich im Internet habe viele Leute, die ich mich inspirieren. Und ich habe diese Leute, um zu gewinnen, um zu gewinnen, um zu gewinnen, um zu gewinnen und um zu gewinnen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wie ein Spieler zu gewinnen, um zu gewinnen, um zu gewinnen, um zu gewinnen. Natürlich, in einer ganz unterschiedlichen Sprache, aber es ist ein Sonnen, um zu gewinnen, um zu gewinnen. Ich denke, ich denke, dass ich jetzt ein Spoiler habe, ich werde ein Spiel jetzt mit Ronaldinho Gaucho spielen. So, ich bin, wenn ich mit Ronaldinho Gauchus gespielt habe, habe ich heute schon ein paar Jahre bis ich, dass meine Internet-internet die Einständigkeit die Beobachtung und das Menschen dabei sind, ist eine Rolle geschehen, und ich glaube, dass, Jesus, noch mehr Dinge werden, das ich mir überraschene, dass ich hier in Independenzen, im Team Team ist, das ist etwas, was auch der Fußball mir vorst, Es funktioniert durch die Internet. Es sind Dinge, in proporktionen. Aber sie sind sind. Sie sind realistisch. Und dann, wie wir von Sonnen sind. Wir sprechen von Arbeit. Der Fokum. Der Fokum. Du hast gesagt. Aber wie ist es für den Tag? Der Fútbol. Ich sage das Férias. Die folgenden folgen. Es gibt drei, vier Tage. Muito raro durante a temporada. Se eu não me engano, desde que eu cheguei aqui, eu vivi meio que duas vezes só, nesses quase quatro anos que eu estou aqui. Mas em relação ao dia de folga nas férias, é esquecer futebol? Ou ainda acha espaço para jogar um videogame, brincar com os filhos? Como que é isso aí? Como que é o tempo de folga de quem vive do futebol? Cara, eu sou um cara que quando eu estou de folga, a primeira coisa que eu faço é ir para a praia. Eu sou apaixonado por praia, por ter nascido, sido criado na praia. Meine Frau hat gesagt, wir sind heute in einem Hotel Fazenda. Ich sage, wir sind noch nicht, wir sind auf der Praia. Ich liebe die Praia. Aber ich habe immer wieder eine Verlangen, für 10 Tage, aber in der Füße, ohne zu tun, nur zu machen, nur zu essen, wenn ich mich zu essen, ohne zu essen, ohne zu essen, ohne zu essen. Ich hab mir das Füße für alles zu essen, aber ich habe immer noch vieles zu essen. Ich kann nicht nicht mehr schauen, wenn ich im Spielfeld zum Beispiel, ou às vezes tem, até esses amistosos que você falou de final de ano, eu gosto de acompanhar festivos e tal, mas eu tenho dois filhos, né cara? Então não tem como desligar de futebol, dois filhos, o mais novo de 8 anos é apaixonado por futebol, apaixonado pela América, estamos gravando aqui, mas não está mostrando, mas ele está jogando bola no gramado, ele é apaixonado por futebol, então lá em casa não tem como desligar, lá em casa é futebol o tempo todo, então nas férias eu descanso um pouco fisicamente, mas é futebol o tempo todo, A minha esposa adora futebol, ela acompanha todos os jogos. Então, lá em casa, todo mundo respira futebol, não tem jeito. Quadra, campo ou areia? De Ubatuba, qual que é o melhor solo ali pro Felipe Acevedo que ele mais gosta? Grama, eu prefiro a grama, sempre gostei mais da grama. Tanto que quando a gente era criança lá em Ubatuba, até errado o que a gente fazia, mas a gente pulava um muro da casa do... Porque lá tem muita casa de veraneio, sabe? Casa que o pessoal mora numa cidade e vai pra lá passar férias. A casa tava vazia, a gente sabia, pulava um muro pra jogar, tinha uns gramadinhos bons lá pra jogar bola. Fiz muito isso. Ah, mas olha aí, em prol de uma boa causa. Como é que é, Vini? Como é que é? Praia? Vai pra onde? Eu não preciso se preocupar com a parte física, né? Inclusive, ao contrário, eu preciso dar uma enchida. Mas, cara, eu não tiro férias, né? Conteúdo diário ali, eu preciso estar produzindo. Às vezes eu dou uma adiantada ali nos vídeos, deixo uma gavetinha ali pra poder ter um tempinho mais tranquilo. Mas é direto atualizando, vemos como é que tá o desempenho, os números e tal, se a galera tá curtindo, não tá. Enfim, mas chega um momento assim que realmente dá uma desligada, né? O ano todo, bola, 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 tem que dar uma... É importante, mas nunca é 100%, não tem como. Pra gente que vive do futebol, eu acho que é quase que impossível desligar 100% do futebol. E a gente não consegue também, né? Quando a paixão tá enraizada ali, você sempre dá um jeitinho de ter um contato ali. Mas, dentro do possível, a gente tenta dar uma descansada, mas nunca 100%. Quando eu estou na minha cidade, minha mãe até me chama de fominha, porque se der, todo dia eu tô querendo jogar futebol com meus amigos. Mas, nas férias, eu procuro aproveitar bastante a minha família, porque eu sei o quanto é difícil ficar longe deles. Mas, graças a Deus, o que o futebol me proporcionou foi de poder ter trago minha mãe, minha irmã e meu padrasto pra vir morar comigo. Então, nas minhas férias, é mais isso, né, cara? É aproveitar a família. A gente tira um tempo, vai pro... Porque lá é rio. A praia fica distante do interior que eu moro. Então, é isso, cara. Acho que é mais importante essa parte, saber aproveitar a família. E aí, a gente falou sobre o futebol na história dos nossos convidados aqui na QLTV. A gente vai indo pra parte final do nosso bate-papo, da nossa resenha, pra esse dia nacional do futebol. Nós estamos em casa, meu filho, aqui na Arena Independência, onde a nação americana, né, vem festejando muito, em busca aí, claro, do nosso retorno à Série A em 2025. Pra deixar aqui um recado pra galera, Azevedo, Vini e Adson, queria, pra fechar nesse dia nacional do futebol, que você me falasse aí uma definição pro futebol. Em uma palavra, o futebol pro Adson. É paixão, né? Acho que essa é a palavra fundamental pra gente que vive nesse meio de poder viver coisas extraordinárias. Vini. Acho que o Adson resumiu bem, né? Paixão. Acho que a palavra que mais define futebol é paixão. Vai muito além de tudo que o futebol proporciona, mas a paixão mesmo pelo esporte ali. Acho que a palavra que mais encaixa perfeitamente é paixão. É difícil você falar outra palavra. Se você me desse duas, eu até poderia falar mudança de vida. O futebol mudou a minha vida. Futebol, eu tenho certeza, até brinco com meus familiares. Se não fosse futebol, eu tava lá em Ubatuba, sei lá, vendendo coco, trabalhando no supermercado. É porque é a realidade dos meus amigos que estão lá. E futebol é mudança de vida pra mim. Ele mudou a minha vida totalmente. Como eu falei, quando eu falei de sonhos, é você poder, uma coisa que eu fiz, assistir a Copa do Mundo e depois poder jogar contra os caras, não junto, mas contra esses caras aí que jogaram em Copa do Mundo. Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho. Eu tive essa oportunidade. Então, futebol é mudança de vida. É algo assim que, como o Adson, que é um exemplo que tá começando agora, a gente fica lá sempre, eu, o Juninho, o Alex, que somos os mais velhos, sempre falam pra eles, cara, o futebol muda a vida deles. Eles sabem disso. E tá mudando já a vida. O Adson é do Maranhão, né, Adson? É do Maranhão, eu sei a história do Adson. Então, a vida dele já tá sendo mudada. Então, se me desse mais uma palavra, eu falo mudança de vida. Pra mim, é o futebol, que significa isso. É isso. Nação Americana, pelo amor ao futebol, pelo amor à camisa, pelo amor ao Coelhão, que a gente segue aqui sempre na Coelho TV, levando pra você sempre o conteúdo especial do América pro americano, pra você não perder nada, ficar por dentro de tudo que rola no dia a dia. Do América, siga as redes sociais, estamos no Instagram, no X, LinkedIn, Facebook, também aqui na Coelho TV, meu filho, no YouTube. Se inscreva, ative as notificações e fique por aí, que sempre tem um conteúdo novo pra você, ligado aqui conosco. Deixa o seu like, distribui, meu filho. Pode contar pra todo mundo. É a Coelho TV, sempre ligado com você. Valeu! e aí, e aí, Bis zum nächsten Mal.